So, hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Tutorial über Tauny. Ja, jetzt zeige ich euch, wie ihr eine Taun erstellt. Dafür habe ich schon was vorbereitet. Wie ihr hier seht, eine Fläche für besser zu erkennen. Als erstes braucht ihr natürlich Geld. Money. Ich habe jetzt 30 Dollar, ich brauche 52, also mache ich mir mal. Money. So. Z-Gameplex. Einfach mal ein bisschen Geld, das werde ich später noch brauchen. Das steht fest. So, dann stelle ich mich hier hin, täglich. Geben einfach nur Tauny noch hin. Dann sind wir hier auch schon ein paar Befehle. So, fangen wir mal mit. S-Lech. Taun. Fragezeichen. Wird jetzt hier alles noch so aufgeteilt. Ja, ach, und ihr müsst auf jeden Fall noch Admin sind. Wenn, wie es jetzt hingestellt ist, so. Wollen wir es? Ah, hier. Admin. Tauny, 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 Name und der Bürgermeister. Machen wir. Tauny, New, Innenmaße, GP, Gameplex. Ähm. Moment. Hain ich genug Geld? Geld habe ich. Nennen wir es einfach mal Plugs. Ähm. Ähm. Nennen wir es ja mit dem Ton hier. Wann muss ich... Wann muss ich mal kurz gucken? So, da bin ich nochmal... Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Tauny, New, Plugs. So, jahoo. Ich habe eine neue Stadt erstellt. Das sieht man jetzt zwar recht viel. Aber man kann jetzt, wenn man hier mal so ein bisschen geht. So, hier hat man es gesehen. Bildernis. So. Ja. Dann gehe ich mal von hier. Zu. Das ist jetzt der Bereich von der Stadt. So, und dann können wir nochmal Taunen nennen. Dann ziehen wir... Das schon mal hier. Hier steht dann, wer Major ist. Und so. Wo man jetzt legt... Taunen Fragezeichen. Also, warum es bei mir gerade geklappt hat. Ich habe wohl Iconomy Version 6 drin. Da gibt es manchmal Fehler. Version 5 ist zum Fehler. Also, wenn man in die Stadtmitte mäh, ne. Gehen wir mal in Townsborne. Dann kommen wir genau daraus, wo man vorhin gestanden hat. So in etwa. Townleaf, dann verlässt man die Stadt. Townlist, dann zählt man, wie viele Städte da sind. Town, ja, das ist glaube ich schon was von Stadtmitte im Moment, bin mir nicht sicher. Hier. Ah ja, wie ist ich denn? Town Deposit. Hier ist auch noch die Bankkont. Machen wir gerade. Town... Deposit. Mal, wie ich so was dran mache. Ich habe schon mal Gebiete dabei. 2K verdutzt. Geht's nicht von seinem eigenen Konto aus, von der Stadtkonto geht's da nämlich aus. So, jetzt können wir nochmal Town ankennen. Und da sieht man direkt hier schon, dass was drin ist, anstatt von hier. Ja, da kann ich mal noch. Town... Mai... Jo... Fragzeichen. So. Das sind... Die Steuern. Oder... Kann man jetzt hier. Ja. Town Climb. Das ist auch noch wichtiger Befilde, das zeige ich gleich. Town und Climb, das zeige ich auch noch gleich. So, hier. Jetzt kommt's. Town at. Und dann... Also, wenn jemand... Wenn man jemand hinzufügen, man... Muss man slash Town at und dann den Namen von ihm schreiben. Also, wenn man eine Maus der Stadt rausschmeißen mag, macht man einfach Town kick und dann den Namen. So, ähm... So, ähm... Ah, hier. Wenn man dann... Hier oben sieht man ja auch Town board. Das kann man mit Town. Und dann irgendein Text, zum Beispiel Willkommen in Plugs. Dann steht jetzt immer, wenn man joint, Willkommen in Plugs. Ähm... Ja, Town Assistent. Das ist auch noch wichtig. Nämlich Assistente können auch noch Spieler hinzufügen. Und ich glaube auch noch gebetet bei Kaffee, bin ich mir nicht sicher. Ja, dann gerne in. Slash Town Assistent at und dann den Spielernamen. Und der ist dann Assistent. Ja, und jetzt, wenn wir mal p... Moment. Hier steht jetzt Wildernis PvP. Und wenn man hier herangeht, steht jetzt hier immer noch PvP. Und das können wir mal mit inneren nützlich... Town Topler PvP PvP. Jetzt ist es ausgeschaltet. Wildernis. Und jetzt... Jetzt steht hier... No PvP. Jetzt ist K-Pop PvP-Me drin. So. Jetzt zeige ich mal noch... Mit Gebiete hinzufügen. Da muss... Du musst auf jeden Fall Geld hier drin sein. So. Und je nachdem, wieviel Leute... Also Spieler in der Stadt sind, umso viel Gebiete kann man sich auch kaufen. Im Moment nur 8. Und es gibt noch einen Trick, wie man sich mehr Gebiete dabei machen kann. Aber davor muss man Admin sehen. Da kann ich nennen. Towni Admin... Fragzeichen. Dann ziehen wir hier schon... Towni Admin GIF Bonus Town Player Nummer. Machen wir einfach mal... Towni Admin... GIF... Ach Quatsch... GIF Bonus... Plugs... Machen wir einfach mal 100. Und wenn wir nochmal Towni gehen, sieht man hier schon, dass man jetzt noch mehr Gebiete kaufen kann. Jetzt kann man insgesamt 108 kaufen. Jetzt kommt es zum Kaufen. Quatsch... Ähm... Machen... Town... Ähm... Town... 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 Townmeyer... Fragezeichen. Town. Dann steht hier ja Town Climb. Das geben wir ins Inn... Jetzt haben wir das hier auch hinzugefügt. Aber man kann nur kaufen, wenn es von hiervon höchstens 5 Blöcke entfernt ist. Sonst kann man es nicht hinzukaufen. Mach ich so. Dann. Und die sind etwa 16,16 immer die Felder. Mach ich jetzt einfach mal 89 Closturn. Das Gebiet haben wir uns jetzt dabei gekauft. Bin mir jetzt sicher, ob man es noch so schräg machen kann. Ja, da ist schon noch ein Chatmoot drin. Ne, kann man nicht. Das ist mal eine Wildernis. Das haben wir jetzt noch gekauft. Das ging jetzt bis hierhin. Das ging jetzt bis hierhin. Ich klinge dich in 1. Warte, ich hätte schon mal geklappt. Jetzt sind die Felder hier auch hinzugefügt. So, da kann man das noch hinzukaufen, aber das muss jetzt nicht unbedingt sind. Und das ist flach ist, das habe ich nur gemacht, dass man das hier gut erkennen kann. So, für Nationen zu machen, machen wir einfach mal Nation, Fragezeichen. Dann hier ist Nation List. Nation, Nation List, was für Nation es gibt. Machen wir mal Nation King, Fragezeichen. Kann man noch hinzu machen, so. So, ja. So, tun wir mal Nation machen. Nation. New. Nation, was holen wir mal. YouTube. YouTube und Hauptstadt. Plaks. Gameplex, create a new Nation namens YouTube. Wenn wir jetzt hier auch noch irgendeine Beschreibung haben, dann steht hier Weltnamen, die Nation und was für Stadt und das Leader. Das ist jetzt nur, wer dings, weil ich für Bürgermeister bin. Dann, was kann die, was gibt es noch zu sagen? Okay, halt. Wollen wir mal kurz Tag. Für die Town Chat, kann man zum Beispiel, TC, gibt es so. Ja, dann steht hier, Town Chat. Dann ist nur für die, äh, für die Town und, ich glaube, NC ist, äh, ja, Nationen Chat. Ja, hier kann man dann noch taxen, die steuern. Dann, die man hinzu fiege kann, da zitt mal. Wo steht's? Machen wir einfach so. Geht schneller. Hier, Tax, steuern. Kann man auch in Schalterwüffel machen, man. Ja. Machen wir nochmal Townie-Admin. Fragezeige. Hier, Backup für neue, äh, für Backup zu machen und so. Ja. Hier dann noch für Townie-Admin. Togel-War. Kann man noch Krieg anmachen und so. Kann ich auch mal grad machen. Admin. Okay. Togel-War. Ja. Dann steht hier, Krieg startet in 20 Sekunden. Countdown startet. Jo, dann wird's so runtergezählt noch. La, 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 la. So, jetzt geht's schneller. weil jetzt keiner stadtmüter ist h nicht die an mir direkt schon gewonnen es gab nur eine nation können wir haben doch 30 dollar geworden nein eigentlich schon nicht das hier so geblieb ist jetzt machen wir einen tony admin hier das new date dann wird gleich wieder schon einen tag gemacht müsste eigentlich so gewinnt man kann auch mal einfach so und kennen daten dann sind wir hier noch ein paar informationen Toni wie groß ist es ja war da war da doch mal alles hin zu so groß gift bonus zweit ein scheiß gesorgt flott fragezeichen wo genau war das mit dem platzen soll weiß ich jetzt nicht genau aber jetzt auch egal wenn da mache ich ein neues video dafür und dann wird es noch hinzugefügt und verlinkt hier und dann noch was auch noch was gut ist wenn man sich verlaufen hat komme ja town wozu oder tony dann sieht man hier ist mal nicht die besten aber hier ist eine new town die ist hier müsste draußen und die ist richtig muss man gehen kann man nochmal in können die momen nach vorne einer das geld wird dazu mir selber und durch die stadt ok gut zu verstehen so die baller ja mal kommen näher das h soll der home punkt sind und die zwei plusse sind die gebiete wo man noch hinzugefügt hat jetzt eigentlich könnte ich jetzt mal gucken was mit dem platz ist fragezeichen ich erkenne da nix ich probiere mal einfach was aus ob das so geht und dann weiß ich jetzt nicht wie das geht da mache ich dann irgendwann noch ein nachtrag da würde ich sagen dann verabschiede ich mich hier jetzt mal bis zum nächsten meiner videos vielleicht let's play vom trom server eigentlich heißt der twm und letztlich von dem admin erzählt gehört dass der tue meist man hat immer trom genannt und wir nennen immer noch weiter trom anstatt tue ja da würde ich sagen dass sie muss demnächst nummer und auf wiedersehen